Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, hören Sie heute die 56. große Botschaft des Herrn. Sie trägt den Titel Der Wert der Heiligen Eucharistie. Am Abend des 1. November 2021 setzte ich mich um 18.09 Uhr ins Schlafzimmer, nachdem der Herr zu mir gesagt hatte, dass er mir gleich die nächste Botschaft geben werde. Er begann sofort zu sprechen. Meine Tochter, immer wenn ich dich zum Diktat rufe, möchte ich, dass du dich sofort bereithältst. So ist es recht. Meine Diktate dulden keinen Aufschub, weil sie überaus wichtig für euch sind. Und du übst dabei den Gehorsam mir gegenüber. So will ich es. Meine Tochter, du arbeitest ausschließlich für mich und für sonst niemanden. So wird es auch in Zukunft sein. Ich werde in allen Belangen für dich sorgen, sodass es dir an nichts mangeln wird. Halte dich stets an mich, dann wirst du vom Weg nicht abweichen. So will ich es. Amen. Meine Tochter, so wie du die Seiten in deinem Notizbuch umblätterst, so schlagen wir heute ein neues Kapitel in deinem Leben auf. Du hast lange genug gewartet und Geduld bewiesen. Ich habe dich lange und ausführlich geprüft. Nun bist du reif und bereit für deine neuen Aufgaben. In Kürze wird sich in deinem Leben alles ändern. Warte es ab. Es wird noch in diesem Jahr beginnen. Du wirst bald in einer neuen Umgebung leben, die ich für dich ausgesucht habe. Amen. Es wird alles seinen Lauf nehmen. Sei unbesorgt und warte es ab. So, meine Tochter, bereite dich nun auf unsere Begegnung im Gottesdienst vor. So will ich es, so gefällt es mir. Es gibt für euch Menschenkinder nichts Größeres als die Begegnung mit mir in der Heiligen Eucharistie. Aber ihr schätzt es viel zu wenig. Täglich komme ich zu euch, aber ihr kommt nicht zu mir. Wie schmerzt mich das? Wollt ihr etwa den Bräutigam alleine lassen, der das Festmahl schon für euch vorbereitet hat? Geht ihr so mit dem Gastgeber um? Ist das nicht überaus ungehörig und respektlos? Was muss ich denn noch alles ertragen? Ihr tretet mit euren Füßen auf mir herum und seid dabei schlimmer als meine Henkersknechte vor 2000 Jahren. Wie sehr verabscheue ich euer unerträgliches Verhalten. Und dennoch komme ich euch jeden Tag wieder mit der gleichen Freundlichkeit entgegen. Wie lange wollt ihr euch noch so töricht verhalten? Merkt ihr denn gar nichts? Meine Tochter, dir vertraue ich meinen ganzen Kummer an. Bei dir klage und weine ich. Bei dir suche ich Gehör und finde es, denn du bist mitfühlend und verständnisvoll. So sehr würde ich mir das auch von allen anderen Menschen wünschen, aber viele sind kalt wie Stein, durch nichts zu erweichen. Meine Tochter, geh nun hin in Frieden. Bis morgen. Ich bin morgen wieder bei dir. Amen, Alleluja. Gute Nacht, dein Herr und Heiland auf ewig. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020